für euch die alten Funke Debüller gegen die neuen Funke Debüller können uns dabei da mal angucken die alte packung hat eine NEM von 16,8 gramm und die neue packung hat eine NEM von 18 gramm gucken wir uns die teile noch mal von innen an so hier haben wir noch mal die alten ja sehen auf jeden Fall ganz schön aus und die neuen vorne ist die Wandung bei den neuen auf jeden Fall dünner aber hinten ist sie ein bisschen dicker ja mal gucken wir fangen mit den neuen an so zuerst kommen die neuen fiepen auf den Ohren nice der alte ich muss sagen fast kein unterschied eigentlich der neue noch mal ja doch kann auf jeden Fall was der neue ist ein bisschen besser würde ich sagen